Wie die Bogenschützen versucht er nachzutüdeln. Ui! Aua! Hey, macht mal den geheimen Bereich hier, ne? Au! Ich hab grad dasselbe abgekriegt wie du. Autsch. Ich hab grad ein Level abgekriegt. Äh, Felix. Den musst du, glaub ich, den Hammer krieg ich nicht da durch. Und wie soll ich jetzt was machen? Kannst du das Ding da rechts irgendwie hier ranziehen, ein Stück? Ne, ne? Was haltet ihr denn? Was macht denn das hier? Äh, du musst dich, glaub ich, hochheben, weil hier rechts unten geht's dann das Ding hoch. Guck mal. Hier rechts unten geht's dann das Rohr, dann kann ich da durch. So, jetzt hab ich das hier unten erstmal eingesammelt. Ah, aber ich weiß nicht. Ach, Moment mal. Da gibt's noch Rohre, ne? Guck mal. Du hast hier noch eine, eine Platte neben mir hier links. Kannst du mit der irgendwas machen? Felix? Hallo, was? Die Platte hier unter dir, in der Wand. Die kann man gleich bewegen. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Naja, Lumi muss jetzt weggehen, dann kannst du den Hammer im Sprung werfen. Kann ich springen, während ich das mache? Echt? Ah, warte, dann stell ich einen kleinen, einen kleinen Block. Kann ich springen, während ich den Hammer halte? Lumi, weg da. Wenn du das hier durchwerfen kannst. Wenn du das hier durchwerfen kannst. Ne, der ist glaube ich zu breit. Der Hammer, der kommt da echt schlecht durch. Siehst du, der ist immer hochkommen, wenn du dagegen klatscht. Wenn du das ein bisschen höher machst, kann ich vielleicht einen Pfeil durchschießen. Kannst du einfach, wenn wir mit tauschen würden, könnte ich einen explosiven Pfeil vielleicht sogar nehmen. Oder du musst einen explosiven Pfeil nehmen. Das ist mehr, was mein Hammer, also, weil der Hammer ist immer hochkant. Ein explosiver Pfeil, Lumi, hast du den? Nein. Ne, hat's noch nicht. Aber du kommst, ich krieg hier auch nicht durchgeschossen, da? Wenn du hier stehst, ruhig schon, oder? Ne. Dann bin ich zu niedrig. Kannst du nicht ein bisschen nach oben ziehen und ein bisschen langsam schießen, oder so? Ja, guck mal, das geht fast durch. Oder vielleicht macht es einfach einen größeren. Also, nicht einen kleinen, sondern einen großen. Warte mal, ich wechsle. Wie wechsle ich? Eins oder zwei. Ja. Jetzt stehen aber zwei. Na gut, ist egal, glaube ich. Und jetzt müssen wir das noch da irgendwie rausholen, das Ding. Das muss der Zauberer eigentlich machen. Aber ihr steht im Weg. Mach das doch da drin und nicht hier draußen, die Planke. Wolltest du hier da durchschieben? Ne, andersrum drehen. Na links kippen muss das. Hast du nie vor uns ne Kledere gehabt? Du kannst doch Zeug löschen, oder? Das mit dem Knopf haben wir schon geklärt. Mach doch mal ne Kleiner. Ja, 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 Felix. Perfekt. Ich dachte, du hättest das gelernt, dass ich keinen Moment brauche als Zauberer. Nein. Brauchen wir nicht mehr. Scheinbar musst du noch ein bisschen länger Zauberer sein. Hier unten gibt's übrigens noch Dings, ne? Ja, hier oben ist noch mehr Zauberer-Herausforderungen. Ja, langsam werden die Rätsel halt anspruchsfolgen. Ne. Ja, vielleicht. Braucht man das überhaupt? Ich würde sagen, du musst es... Nach oben leiten, damit ihr auf diese tollen Bretter kommt. Ich würde sagen, du musst es nach oben und nach rechts einen drehen. Ey cool! Man kann sich hier töten! Ne. Noch eins weiter drehen. Also du hast es grad schon in die Richtung gedreht. Ja, genau. So denk ich drauf muss. Wenn wir hier hochkommen. Das sind die da unten verpackst du von oben. Das Problem ist ja das... Das ist gar nicht das Problem. Sondern? Dass das rechts oben bleiben muss wahrscheinlich nicht durch die Mechanik gedreht werden. Achso, da gibt's noch ne andere Option. Ja, ja. Mechanik ist schon ein gutes Stichwort. Ich seh es auch schon. Das muss man aber vor allem mit Timing gut hinkriegen. Also das braucht man glaub ich tatsächlich auch. Ich glaub es geht nicht ohne. Ich kann's aber nicht... Ja. Wollen wir? Was soll ich machen? Soll ich's dir sagen? Oder wollen wir einfach tauschen? Was soll ich machen? Felix sag mal. Nein. Wenn's was mit dem rechten Rohr zu tun hat, dann kann ich nichts machen, weil du draufstehst. Das hat nichts mit dem rechten Rohr zu tun. Nein, du musst erstmal das rechte Rohr abmachen. Okay, du hast glaub ich ne andere Lösen als ich dachte. Du hast auch ne andere Lösen als ich dachte. Du hast auch ne andere Lösen als ich dachte. Jetzt nimmt das... Jetzt nimmt das dreiteilige Teil da... Und tu das mit dem mittleren zu uns drehen. Oder? Geht das überhaupt? Ja, ja das geht. Das hat sie vorhin schon gehabt. So. Hm, war gespannt. Ja, ich auch. He 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 he. Ich dachte die, die Klappen reagieren auf Luft. Können du mal bitte von dem rechten Rohr runter gehen, Felix? Ja, ähm sorry. Dankeschön. Ne, die Klappen reagieren nicht auf Luft. Die Klappen reagieren auf Mechanik, wie wir es vorhin schon angesagt haben. So, jetzt gehen die nämlich wieder unterschiedlichsten Geschwindigkeit, oder? Ne, gehen sie nicht. Nicht? Ne. Aber man kommt doch so hoch. Hm. Ist auch ne Variante das zu lösen. Gibt auch ne andere Lösung. Mit der Mechanik tatsächlich. Ja, steht aber nicht genau dort. Gibt's da oben noch irgendwas, was wir übersehen haben? Wir sind gleich nach unten gegangen. Hier oben ist noch was, wo wir nicht waren, Leute. Meine Lieben. Ja, von der Link kann man auch rüber gehen. Direkt über dem Checkpoint sind noch Sachen zum Einsammeln. Ach, das sind noch Sachen da? Ja. Die hab ich nicht gesehen vorhin. Ja, durch den haben wir jetzt geworfen Krieg. Oh, mehr krieg ich nicht. Oben auf dem Ding hier, da sind noch Sachen. Die kannst du, glaub ich, einfach runterholen mit deinem. Kannst du einfach die Dinger da runter zaubern, die Vierecke. Ach, da sind wir hier. Ja. Sollen sie uns doch übern. Ja. Okay. Auch ne Option. Ja, dann falte nicht. Einfach nach drüben. Ich weiß nicht, ob hier oben noch irgendwas ist. Äh. Ist hier noch irgendwas? Hm. Weil noch nicht so richtig. Keine Ahnung, was nach Trine kommt. Hoffen wir nicht. Borderlands 2 eigentlich. Äh, Borderlands. Und da war was. Oder Overcooked. Oder Overcooked. Overcooked? Das hab ich letztens... Das hab ich doch schon mal mit dir angespielt. Aaaaah. Das haben wir bei mir schon mal gespielt, ja. Ja. Ich hab da fast einen Anfall bekommen. Ja. Dann war's Felix, der das nicht spielen wollte. Mir war das einfach zu schnell. Das war dir zu schnell. Das ist... Oh shit. Ja. Lumi, warum bist du so fett und machst die Brücke kaputt? Hm. Hm. Haben sie viel gegessen heute. Ah, Mann ey. Nein, 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 nein. Ähm. Oh, da muss der Gloss drauf fallen. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Ah, ich hab da weg. Ist ja noch mehr? Das ist schön. Felix kämpft da oben, das find ich gut. Lumi, nicht ersticken, ne? Wir flicken einfach nicht down, aber schön. Ich dachte immer, ich sollte vielleicht oben skillen, wenn ich halt hab. Cool. Oh schön, ich bin tot Sag ja, nicht ersticken Ich bin nur hochgeschwungen Äh, wie kocht man denn Wenn man kein Level ab hat Keine Ahnung, Escape Skillen oder so Da oben ist auch wieder was Ne Na, dann warte ich halt Das nächste Level Ich war noch nie im Level-Up-Menü in letzter Zeit Oh, da oben hab ich auch Sachen nicht gehabt Sammler-Gemälde Ich krieg einen Haufen Achievements Weil beim ersten Durchspielen hab ich nicht alles gefunden Von den Einsammelgegenständen Mit euch Ich hab halt schon das Ritter oder Fehl-Achievement bekommen Cool Was machst denn du da, Lumi? Mich töten Entscheiden, weil sie nimmt ja keinen Schutz Schutz weg irgendwie Ich guck mal hier unten, ob hier noch was ist Der Kuh, weil der ist geil Guckt mich an Er ist nix mehr Das ist ne Platte von mir Das ist doch schon mal was Hier oben ist übrigens noch was Wenn er grad vor mir am Springen ist, ne? Schön, wie er da Jetzt bin ich gestorben, weil ihr mir die Sache auf den Weg auf den Kopf werft Ich wollte ja da hoch, aber ihr habt mir dreimal Sachen auf den Kopf geworfen Entschuldigung Ich würde gerne den Magier wachsen, wenn ich dann wieder ins Menü komme Cool, Benni, ich brauch deinen Hammer nicht mehr Ja, mit deinem Explosionsfeind jetzt genauso, ich weiß Shit Könnt ihr mich trotzdem irgendwie mitnehmen? Das wär echt nett Und ihr habt übrigens Sachen hier vergessen überm Checkpoint wieder Direkt überm Checkpoint sind wieder Sachen Die ich mich genommen hab Ich bin schon auf dem Weg Ich bin schon auf dem Weg Okay Aber wir brauchen auch beide Äh, Moment, 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 Moment Ich bin gleich da Äh, Koordination Jetzt könntest du hochspringen Na, doch nicht Ja, ne, 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 Moment Jetzt? Achtung! Ich komme nicht raus, ich komme nicht raus! Warum hol ich denn nicht raus? Na gut, jetzt kommen sie auch zurück Hier Kannst du mir das hinstellen? Hier direkt nach oben Achso, ja, warte Oh, du kannst doch selber mit dir das hinstellen und selber hochgehen Ich weiß nicht, vielleicht wären sie zwei einfacher Als nur eins Cool Das ist machbar Ne Explosionsfabrik Ja, das hat nicht funktioniert Also, ich weiß nicht, wie du da hochgekommenst Ich bin oben Ich bin oben Lumi, halt da Abstand Ja, geh noch hin Ich bin überlebt, alles gut Bin tot Ja Ist dein Checkpoint? Äh, hoffentlich bald Keine Ahnung Ich vermute, du musst Sachen auf den Auf den Knopf hinter euch machen Ich weiß nicht, warum ihr das jetzt da rein rollt Weil es die einfache sind volle Was passiert immer für den Spot? Was passiert da? Keine Ahnung Ich weiß nicht, den Knopf wird es ja nicht ohne Grund geben, oder? Hm Ja, guck doch mal, was da mit dem Feuer passiert, wenn ich auf den Knopf gehe Ah, da kommt ein Fass Ah, der Knopf ist bei einem Fässer, okay Ahhhh Ja, super Ich bin auch verbrannt Hey, cool, Benni Hallo Warte mal, nein, 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 nein Jetzt erst Oh Genau Das hat man nicht so gut überlegt Also da oben gibt es jetzt jeweils wie viel das alles abgeholt Doch, jetzt So, guck mal, warum Was war denn jetzt von uns so schlimm? Was? Ich bin hier vorhin nicht rüber gekommen, ohne den... Ne, warum ist das nicht gefahren? Keine Ahnung, warum ich nicht gefahren ist Das blockiert war wahrscheinlich Weil wir ja gerade nicht verpackt worden Hier, Lewy, fang! Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was wir jetzt hier machen sollen Hier, Lewy, fang! Da rüberkommen Oh Und das geht übrigens nicht Ich weiß Ich dachte, man kann die Fässer da irgendwie, das Getriebe zum... Au Nein, nein, Hilfe, Hilfe! Oh, jetzt ist der Würfel hier weg, das ist natürlich kacke Au Das nervt mich jetzt schon, die Stelle hier Ah, Lewy! Ich bin tot Bist du gar nicht? Cool, ich lebe noch Ich steh dort rum Wir müssen einfach stehen Ach, verdammt Hast du... Hab dir das Partyhorn gehört? Ich hab's gerade nicht gehört Wir hören gar keinen Partyhorn Äh, Entschuldigung Chat Alles gut Ich hab schon gedacht, dass das jetzt der Chat war Lumi, wie wär's, wenn du da mal ne Platte hintust? Wohin? Ich bin unfähig gerade Schon der Einzige Lumi, nicht da hin Wo willst du denn ne Platte haben? Da sind Turnen Ja, da hab ich schon eine ran gebufft, aber die wäre durch das Ding zerstört, Schatzbold Hey cool So Tops Tops Oh, das waren super Ja, das nützt uns jetzt aber beiden nix, weil wir jetzt nicht mehr oben Nehmt ihr mich mit? Ja, wir brauchen... Wir würden uns gerne selbst mitnehmen Oh Hä? Achso, ich hab das... Oh, Entschuldigung Ja, das war ne sehr gute Idee, das war auch richtig Ich würd's ein Stück weiter unten zum Einklemmen bringen Das ist schön weiter oben, das ist... das ist besser... Mach mal... Wie wär's, wenn du das einfach einklemmst und dann springen wir da rüber mit noch ne Planke? Ja, das war jetzt halt eben ein Zufall mit dem Einklemmen So, gut, jetzt kommst du hier zu mir und... Aua, Entschuldigung Hm Ja Hm, außerhalb vom Feuer wär geil gewesen, jetzt komm ich hier nicht mehr durch Ich würd, ich würd die Planke weiter... Da, genau, dort würd's schon anbringen Ja, aber da klemmst du nicht ein Hm Das ist schön Ja, jetzt musst du... Ich kann dich hier oben nicht überhalten Du musst jetzt selber zurückkommen Ich geh, ich geh zurück Die kann doch einfach escape und return to last checkpoint drücken Hab ich schon fünfmal gemacht, indem ihr hier oben seid Ach, das ist doch Schiebung Okay, ich mach's Sonst müssen wir halt zurück, das ist... noch nerviger Das wäre ehrlicher Ich geh schon Die ist doch schon zurück Ich bin schon da So, jetzt bin ich wieder weg Hast du grad mal gesagt, dass es Schiebung wär Wir können maximal drei haben, okay Da würde ich draußen auch noch was Das ist ja schon zwei Also einmal von den blöden... ...dingern getroffen werden und man ist tot Nee, von... Ich geb dir gleich Wenn du musst... also einen Hit kannst du kriegen, und den zweiten nicht Schaffst du's, Scooby? Jaa... ich hab ihn Kann ich dir irgendwie helfen? Nein Du könntest uns einfach einen Würfel auf das Ding draufpacken Und du wärst außer... ...halb der Reichweite Hab's schon Warum spring ich denn nach rechts? Ich bin nicht nach rechts gesprungen Du bist doch nach links gesprungen Das ist vollkommen richtig Rechts bist du nicht gesprungen Ich bin nach links... Ich wollte nach rechts springen Ich bin nach links gesprungen Aber du hast gesagt, du bist nicht nach rechts gesprungen Das ist vollkommen richtig war die Aussage Ach, gibt's ja Ich geh mal kurz eine rum Schon übrigens zwei, zwei, drei Ist schon Ja, ich... morgens der Feiertag Achso... Echt? Morgen ist kein Freitag Echt? Ich hab durch das viele Freie völlig den Plan verloren Äh... Machst du, das ist doch jetzt eingeklemmt Ja, aber... Jetzt mach die Planke von dem Ding in der Mitte nach rechts oben Ja, 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 ja Genau Perfekt Ich glaub, die hält nicht Doch, die hält Physik, die hält Komm Spring einfach rüber Ich hab Angst, ich hab fast kein Leben mehr Wenn ich einmal kurz ins Feuer komme, bin ich weg Spring einfach rüber Ich springe oben rüber Ja Perfekt Scheiße Ich hab kein Leben mehr Wenn ich jetzt ins Feuer gehe, bin ich tot Ich wollte dir gerade helfen Warte doch einen Moment Ach, Mann Musst du nicht, dass du mir helfen möchtest? Ich dachte, du möchtest mich wieder drücken So wie immer So wie immer? Wir gehen schon die ganze Zeit Echt jetzt? Was denn? Ich musste wieder hoch Ich war im Wasser Versuch mir zu helfen, ich schaff das nicht Ja Immer noch Pack einfach einen großen Würfel auf das Ding drauf Ja Aber ich hab Angst, dass ich dann das andere wieder neu machen muss Wie komm ich denn jetzt hier oben Achso, ne, warte mal Pack einfach einen großen Würfel drauf und fahr hin und her Ich mach das schon Ich mach das schon wieder hoch einfach weiter Ich will aber sehen was du machst und Felix ist eh grad nicht da Von daher kann ich schön hier chillen Ich guck mir das jetzt an was du hier tust Ups Wie machst du das? Nein, zu früh! Zu früh! Sah sehr spektakulär aus, muss ich schon sagen Ich hab's schon Ich hab's irgendwann auch geschafft Ich vertraute einfach, du wie sie weiß, wer es jetzt ist In der Tat Ich bin zwar gelogen, aber dank für dein nicht vertrauen Urlaub Also ich vertraue Lumi Aber eigentlich nur, dass ich sie selber umbringe In den meisten Fällen Wenn du mit mir noch mitte reinfusche, wird's nicht besser, Junge Ich bin nur mal kurz hier hoch gesprungen, ja Ich soll mir das doch noch ne Weile angucken Ich dachte ja, du schaffst das jetzt Deswegen bin ich strategisch hoch Halt doch ein Schmarrn Da wird grad ne Wasserbestattung von nem toten Zauberer gemacht Warum nimmst du eigentlich meinen Tipp, die das zu lösen ist, nicht an? Weil ich nicht zwei Kisten machen will, weil dann die andere verschwindet Du brauchst nur eine einzige Kiste Ich hab's mir genauso geschafft, wenn ich mich gleich mal konzentrieren durfte und du dich dazwischenrehst Du brauchst genau eine Kiste Danke! Eine einzige Kiste brauchst du Danke! So, jetzt war's doch alles Und ich komm da nicht hoch Warum komm ich da nicht hoch? Ich bin schon wieder fast tot Kann ich hier nicht noch irgendwas zum Abschirmen machen? Ein paar Sekunden halt Oh, jetzt geht's voll toll Was denn? Ich hab Mist gebaut Wieso hast du Mist gebaut? Weil ich Mist gebaut hab Warum baust denn du Mist? Weil ich blöd bin Warum bist du blöd? Huf 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 Perfekt Ich bin da Wo ist jetzt das Problem? Wie hast du das Ding jetzt eingeklemmt? Das ist ja mega kacke Darf ich das mal kurz wieder befreien und nochmal neu machen? Das war ja richtiger Mist Du hörst dich kurz warten bis es Feuer wird Jetzt bin ich übrigens wieder da Meine Freundin guckt jetzt bei deinen Versuchen zu Hehehehe So, jetzt musst du... Genau, perfekt Diesmal klappt alles Felix kann noch nicht springen Wenn ihr halt mal zwei Sekunden still seid, dann läuft es auch nicht Kannst du hier noch kurz was hinstellen? Zum hier oben abholen? Nee, kann ich nicht, weil erst wenn Felix saß Ja Hast du nicht vier Stück, die du holen kannst inzwischen? Ja Da waren nur drei Ich weiß aber nicht wie viele da... Da unten waren noch ein paar, die kein Mensch brauchten Ja, wenn die kein Mensch brauchten Ist ja egal, wenn die weggehen Da! Ich weiß aber nicht, welche Reihenvoll die die gebaut haben Du hast die, die du verklemmt hast und benutzt hast zuletzt gebaut Ist ja alles noch jetzt drühen Ich sag es mal Hui Guck mal, komm Guck, ne zweite Frau zu, funktioniert alles Oh oh Ja, guter Fahrstuhl Hat gut funktioniert Da drüben ist noch was Ja, aber wie kommen wir dahinter? Wir können alle unsere Fähigkeiten und was da nicht mehr sehen Ja Moment, da links ist was bei dir? Ist hier nämlich gar nichts Nee, ist nix, ich hab falsch geguckt Wo ist denn meine Maus? Ich hab nicht mehr eine Maus hier Oh, hallo Ich hab mal kurz die Sachen aus der Muschel geholt Oh Aua Wie gibt's denn noch auf dem Sachen zu machen? Ich mag die Grafik von dem Spiel extrem, muss ich sagen Ups Loll Komm mal zu mir, Louis Guck mal, worauf ich rumhüpfe Oh, ein Seestern Wie cool ist das denn? Wiii Aber da oben ist noch jede Menge Ja Wiii Irgendwie sehen die Kokosnüsse aus wie Bälle So, haarige, runde, zwei Bälle nebeneinander Haarige, bunte Bälle Nicht bunte, runde Runde Ja, spring noch dagegen Haarige, bunte Da oben gab's aber auch noch was, gell? Ich dachte, ihr holt oben Ich komm da nicht hin Ich bin echt schlecht im Springen Also, generell Lumi, wir brauchen hier was Ich wollt grad sagen, wir müssen mal gucken, ob es da oben Felsen gibt Da oben gibt's Felsen Da kommt mal die Kokosnüsse Aber Benni, da ist was für dich Ich bin ja schon am Sachen da hinbewegen Aber ich muss die halt ein Stück hinschwimmen, damit ich Da drauf kann Und dann hier Bumm So, so Perfekt Lass wollen Wofür brauchen wir das? Oh Gott, wie gern würde ich jetzt gerne schwimmen gehen Ich hab erstmal hier unseren Respawnpunkt ausgelöst So schön in der Südsee, ein bisschen schwimmen sagste Oh, das wär so geil Ähm, Lumi, ich brauch nochmal deine Hilfe, hier ist noch was Woher? Äh, das sieht gefährlich aus, die Dinger Naja, bin schon dabei Hilfe Und nach rechts auf den Felzblock Reicht das noch Timing? Ich glaub das reicht mir Timing Ein klein, äh, äh, Viereck? Oder naja, ne Planke reicht das Äh, hier ist ein Nacken-Monster Ja Hier dann Perfekt Lutschen Meine Schwester ist süß und sie ist so fein, aber sie ist nicht stark Ich soll Königin sein Hier ist nix Ja, aber Luft schnappen nochmal So Was ist das denn hier? Hake-Monster Au Ich glaub ich hätte nicht dieses Level-Up-Zeug von der Twitchcon trinken sollen zum Abendbrot Ich kann wirklich munter Das war so ein in Wasser Anrühr Energie Getränk glaube ich tatsächlich Richtig Richtig auch mal Da ist noch was Felix mittendrin, ich glaub du nimmst das mit wenn du da rum springst Oder Lumi Ja, dankeschön Nein Lumi das ist kein Extraputest Verstattete Ja ich dachte settest das würde helfen da hochzukommen aber irgendwie Wart military Warte Ich komm schon Warte Ich hoffe es Warte Jetzt hammer Flieg Hammer Time Hammer Time Dööööööööööööööööööööööööööööö Wann Döööööööööööööö was ist däst da Was ist däst 210 Was ist däst jan Braoka Wo du draufstehe das habe schon ein paar mal gesehen Wir hammer mit denen haben wir noch nie was gemacht tatsächlich Atso, ok Tschüss Felix. Wo geht's hier unten hin? Die unten sind... Moment mal, halt, 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 halt. Ich wünsche mir das heute. Oh, ähm, Achtung Wasser, Marsch. Yeah, gut gemacht. Hast du alles unten? Ja, unten ist glaub ich sonst nix. Also war nur so ein einsamer Ding. Ah, da soll ich nicht reinspringen. Ja, arbeitest du, arbeitest du. Frauenarbeit. Frauenarbeit, was ist das denn Frauenarbeit? Oh, da ist noch was in der Mitte. Ich muss irgendwie noch in die Mitte. Ähm... Entlock mal. Ne, Lumi musste mal links das Ding runterziehen, glaub ich. Ganz links über der linken Pflanze ist was zum runterziehen. Ja, das ist das Erste. Das sammeln ich noch schnell rein. Äh, komm her! Da oben linksen hatte ich noch mehr von den Dingern. Na, dann muss ich da hoch zu dir. Warte mal, wir können die Kiste hier nochmal ein Stück weg, Benni. Ne, welche Kiste nochmal ein Stück weg? Ja. Hä, das hier? Ja, lass das so treiben, lass das so treiben. Da kann ich meinen explosiven Pfeil nach... Wo willst du denn da hinschießen? Ja, dann muss die Lumi mal ihre Planke da wegnehmen. Ach, Benni. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? So. Oh, dann in die Richtung. Doch, ich will hier hoch. Ich dachte, ich soll das Ding da wegschießen. Ich weiß nicht, welche Dinge wegschießen willst. Ich hab keine Ahnung, was du tun willst. Du hast irgendwie noch nie mit mir geredet, was du tun willst. Ne, du hast doch gesagt, da oben ist ein Teil, was du noch runterholen willst. Oder hast du das schon geholt? Ne, da oben sind noch Sachen. Aber Lumi wollte das mit der Planke vorhin machen. Ich wollte das mit der Planke machen, aber ich hab mich jetzt... Zack. Ich fand gut, dass Lumi da versucht hat, Planken zu machen. Oh, da soll ich nicht hochgehen. Oh, guck mal, hier kann ich jetzt stehen bleiben. Oh, ne, da kanns echt nicht hingehen, ey. Darf ich's jetzt mit der Planke probieren oder lass es? Ne, doch, die kann man machen. Du musst nur mit uns kommunizieren, anstatt einfach das zu machen. Ja, ihr macht das schon. Ihr habt doch gesehen, dass diese Planke bauen und habt ihr sie einfach zerschossen. Ich hab überhaupt nichts zerschossen, Felix hat das gemacht. Ich hab's nicht zerschossen, ich wollte oben das Ding da zerschießen, aber... Das steht gut, würde ich sagen. Moment. Das sogar noch. Ah, geht das? Nein, wir haben ihn nicht festhalten. Gein. Jetzt könnte irgendjemand da rüberlaufen. Ups. Moment. Nein, 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 nein. Ich muss hier noch was holen. Ich hab's alles befreit. Wir müssen nur noch einsammeln. Wir müssen, glaub ich, rechts oben. Also generell ist das Spiel, glaub ich, immer noch rechts oben ausgelegt. Wow. 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 Du hast es schon gesagt, da brauchen wir etwas Timing, will ich gar nicht wissen, was da passiert. Ne, ich bin tot. Ach, sehr gut. Dann belebe ich dich mal wieder. Danke. Hier, der Trine ist für dich da. Ich bin auch tot. Oh, ich mach's nochmal. Mit der Wiederbelebung spot hier. Kannst du mal aufhören, das Ding komplett in die Ecke zu schieben, Felix? Da kann man echt schlecht hoch springen. Ich mach das extra mit Absicht. Das glaub ich tatsächlich, dass du das extra mit Absicht machst, weil ich krieg's ja hin, ohne das direkt in die Ecke zu schieben. Ach du Scheiße. Wir brauchen ein bisschen Timing, ne? Hm. Oh. Ähm, Moment mal. Ja. Hat nicht funktioniert. Ich probier's mal auf die Bersager-Methode. Da da drüben. Du musst mehr als eins. Ja, du kannst das nicht ganz langsam machen. Wenn ich jetzt zurückkomme, bin ich tot. Ich bleib mal so stehen. Ich hab's noch nie wieder Dingens da aktiviert. Ich bin drin. Du sollst ja relativ einfach, wenn man's einmal schnell macht. Ja. Vor allem, wenn man weiß, dass man die Schachen einfach reinlaufen kann. Wenn sie erstmal da sind. Ähm. Da kommt jetzt ein bisschen was Böses. Keine Ahnung. Geht ihr überhaupt irgendwas? Ja. So bitte. Okay. Was für ein schreckliches Wetter. Ja. Gut. Oh. Okay. Auch ne Option. Oh, jetzt kann ich Level up'n. Oh. Leiche. Achtung. Was? Darf ich mal zwei Sekunden Level up'n, bevor's weitergeht? Ja, jetzt kannst du Level up'n. Jetzt ist nix mehr los. Level up'n. Okay. Okay. Und so schön. Jetzt hab ich ja alles. Hämmerchen. Bleib hier. Ich glaub immer ein Hammer hinterher hier. So. Hier sind wir noch ein Teil. Lumi. Was? Hier gibt's oben noch was. Hier ist alles okay. Ich brauch hier den Zauberer Hilfe. Ich komme sonst nicht hoch. Links. Nicht rechts. Hier will ich hoch. Den Zauberer Hilfe? Hm. Hilfe des Zauberers. Das ist halt gar nicht. Der Dati, wir sind Gentis enttod. Oh. Brauch ich noch mehr Hilfe vom Zauberer oder die Dingensbum und Stunte. Oh Mensch. Coming. Weil hier sind noch Sachen in der Luft, wo ich nicht rankomme. So ganz hab ich nicht verstanden, was mein Magnetik-Skill sein soll. Was steht denn da? Ich hab's nicht mehr gelesen. Ich wollte ihn weiter spielen. Ich hab's. Ähm. Ja. Nee. Ihr seid immer so in der Hurry. Warum nimmst du jetzt die Leiche? Die hat nichts damit zu tun. Lass die die Ruhe. Müssen wir noch hören? Ja. Ja. Stapeln. Hier bin ich schon dabei. Gesundheit. Brauenturm. Gesundheit. Gesundheit. Alles. Gesundheit. Alles. 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 Ich hab's nicht Dankeschön. Ich hab's nicht Dankeschön. Ich hab's nicht Dankeschön. Ich hab's nicht Dankeschön. Nee, also nicht. Du hast nur viermal genießt. Dankeschön. Dankeschön. Ist hier oben oben was? Dankeschön, der Zwieg. Werfen wir mal auf gut Glück? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ach du Kacke. Warte. Easy. Ich bin schon mal unten. Gut, dann lese ich jetzt halt nicht fertig. Lest doch fertig. Ha, cool. Wenn man's ruhig raus hat, geschafft. Oh, Aua. Oder wenn man's ruhig raus hat, dann ist es auch okay. Wenn man's ruhig raus hat, dann sagt Lumi, rennt rein. Ja, die hat mir das Überleben gesichert. Hui. Hui. Alles gut, ihr könnt ruhig zocken. Ich sag da gar nichts. Oh, die Krabben sind so süß. Die zwickle dich aber ganz schön, wenn daneben stehst. Muss ein bisschen auffassen. Tatsächlich. Doch nicht so süß. Hab ich vor uns gesagt. Mir hört da keiner zu. Doch, ich hab ihr zugehört. Ich hab ja drüber gesagt. Lumi, willst du hier vielleicht mal ein paar Kisten stapeln, damit wir hier, ne? Wo wollt ihr denn hier? Oh, hier gibt's wieder das Tentakelmonster. Ne, hier, wo ich spring grad auf den Bänden rum. Das ist aber ein großes Tentakelmonster. Ja, so. Geht hoch. Und jetzt ne Kiste. Perfekt. Und noch einer. Äh, wofür brauchten ihr die Kisten? Wo? Ja, für die Sachen da oben. Für die Energiekapseln. Oh. Oh, waren ja noch welche. Jetzt freu ich keine mehr. Wir müssen nämlich trotzdem hier hoch. Hier drüben. Jetzt haben wir die Krabbe eingesperrt. Das ist aber gemein. Die arme Krabbe. Na gut, okay. Das ist nicht ne Krabbe. Warum schmeißen die ins Wasser? Aua! Ja, geschafft. Ich bin drüben. Oh, oh, das wird... Och, nein. Umi, wo willst du hin? Wir müssen hier hoch. Gibt's dem Wasser nix mehr? Ich war da schon am Wasser. Ach so, Entschuldigung. Alles gut. Ich sag's dir ja ganz normal. Ist kein Vorwurf. Ich verhinde mal, dass du hier gezwickt wirst. Weil die Krabben machen übrigens dein Ding kaputt. Deine... Deine... Deine Kisten. Der Kake. Scheiß Hoppen. Äh... Felix, können wir uns warten, bitte? Ja, ihr müsst erst auf den unteren und dann auf den oberen. Ich komm da nicht hoch! Ich komm da nicht hoch! Ich komm da nicht hoch! Ich komm da hoch! Ich komm da hoch! Ganz relaxed. Aber... Tja... Jetzt komm die hoch! Ne... Ich hasse diese Spin! Also Springmechanik ist furchtbar! Ist echt ein hübscher Kraker! Was? Ist die schönste Spielmechanik! Springmechanik! Ach so! Ha! Ich versuch mal Lumi irgendwie zuzugucken, weil hier Springrätsel ist ja immer fett dabei! Ach Lumi? Willst du noch ein bisschen Lampenspiegel spielen? Die Rätsel sind das easiest in dem Game! Das hast du schon dreimal gesagt! Was? Ach so, echt? Schöne Grüße übrigens! Von? Ja, schöne Grüße Schatz! Ach so, das hört ihr am Stream an! Weiß nicht, ob sie den Stream an hat, dann ja! Ja! Hier sind wieder komische Sachen, die mich fressen wollen! Uh! Ja, mach das schon! Oh oh! Ha 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 ha! Schwimmen Baby, schwimmen! Ähm... Ja, ich geh hier hoch! Das ist mir so umständlich da, bei den gefrömischen Viechern da lang! Ah!